Tausendmal hat er schon davon geträumt und hat sich vorgestellt, wie er endlich da steht in seinem neuen Leben und nicht mehr nur zuschaut, sondern mittendrin ist. Und wie er nicht Opfer ist, sondern Macher. Wie er einfach nur glücklich ist, so wie alle anderen. Tausendmal hat er sich das vorgestellt, dass dieses Ereignis endlich eintritt. Der Tag, der alles zum Guten verändert. Er ist ja nicht allein mit dieser Hoffnung, mit dieser Sehnsucht, gesund zu sein an Körper und in der Seele. Das wünscht sich doch letztlich jeder. Ja, stark ist die Sehnsucht in ihm. Unheimlich stark. Und deswegen schafft er es immer wieder, sich aufzuraffen und es trotzdem zu versuchen. Denn das müssen wir doch, oder? Wir müssen uns doch aufraffen und es trotzdem versuchen, auch wenn wir wissen, dass es nicht gelingen wird. Die Bandbreite unserer Misserfolge, die ist ja riesig. Von eigentlich müsste ich mehr Sport machen, über ich bin nicht glücklich in meinem Leben, ich müsste da mal mit jemandem drüber reden. Bis hin zu den großen, ungelösten Konflikten und Veränderungen unserer Zeit. Die Latte der Misserfolge ist endlos lang. Und wir sehen die anderen jeden Tag scheitern daran, wir sehen uns selber jeden Tag scheitern daran. Und wir versuchen es trotzdem. Weil wir uns selbst gar nicht in die Augen sehen können. So Leute wie uns braucht es doch, oder? Und so Leute wie ihn, der es trotzdem versucht, auch wenn er so oft gescheitert ist. 38 Jahre lang. Das sind die guten Tage. Die guten Tage sind die, an denen er es versuchen kann. Und die schlechten sind die, an denen ihm der Mut fehlt. Wo er es gar nicht schafft aufzustehen, sondern wo er die anderen nur vorbeiziehen sieht in ihrem tollen, glücklichen Leben, wie sie das alles so hinbekommen. Und er weiß, dass sie ihn gar nicht beachten, wie er da liegt. Und deswegen kann er einfach hemmungslos weinen an solchen Tagen. Und das einfach alles rauslassen, was an Frust und Enttäuschung und an Schwere in ihm ist. Bis es ihn schüttelt. Bis die Tränen vor ihm eine kleine Pfütze bilden und er denkt, wenn ich nur mehr weinen könnte, dann könnte ich mein altes Leben einfach darin ertränken. Das sind die schlechten Tage. Aber dann passiert es wieder, dass es einer schafft. Dass es wirklich passiert, dass einer den Tag erlebt, der alles verändert. Und wenn das passiert, dann ist das der Startpunkt für neue Hoffnung. Nur freuen kann er sich nicht mehr für die anderen. Dafür hat er es zu oft selber nicht geschafft und hat sich selbst enttäuscht. Was er nicht weiß, ist, diese Hoffnung, die er hat, das ist keine echte Hoffnung, denn sie beruht auf einem Märchen. Und das Märchen geht so, dein Lebensglück ist ein Wettkampf und du musst ihn gewinnen, um glücklich zu werden. Und das Märchen ist nicht einfach nur eine Geschichte, die man erzählt, sondern dieses Märchen, das kann man anfassen. Denn es ist auch ein Ort und es ist auch eine Geschäftsidee. Man muss sich die Anlage so vorstellen, ungefähr so groß wie ein Fußballplatz, ein System von mehreren Teichen, die sogar überdacht sind, die man mal gebaut hat, um Schafe zu reinigen, die von außen durch das Schaftor in die Stadt getrieben werden. Und wenn man das Wasser hin und her pumpt, dann fängt es an zu brodeln. Und aus diesem Brodeln hat einer eine Geschäftsidee gemacht und hat den Verzweifelten und denen, die dumm genug sind, um es zu glauben, erzählt, das Brodeln, das kommt daher, dass ein Engel des Herrn ins Wasser steigt. Und wer als Erster nach diesem Brodeln in das Wasser kommt und nur der Erste, der gewinnt und der erlebt diesen Tag, der alles zum Guten verändert. Ein Märchen. Es ist keine echte Hoffnung. Es ist eine falsche Hoffnung. Es ist eine Kopie von Hoffnung, eine billige Kopie, die keine echte Heilung bringen kann. Wer verzweifelt genug ist und wer dumm genug ist, der glaubt es. Und deswegen fallen wir ja nicht auf solche Märchen hinein. Wir sind ja aufgeklärte Europäer. Wir sind noch besser Deutsche. Wenn erst mal alle so weit sind wie wir, dann geht es der Welt besser. Und weil wir nicht auf solche Märchen hereinfallen, deswegen ist das Internet voll davon. Und das Märchen klingt genau gleich im Internet. Dieselbe Botschaft. Das Lebensglück ist ein Wettkampf. Und diesen Wettkampf zu gewinnen, das ist der einzige Weg zum Glück. Und deswegen kannst du reicher sein als alle anderen. Du kannst schöner sein, du kannst erfolgreicher sein, wenn du diese Abkürzung nimmst. Und für ein paar Euro verrate ich dir, wie es geht. Das Internet ist voll davon und tragischerweise gerade im Umfeld unserer Videos. Wenn du unsere Videos regelmäßig siehst, dann wird dir auch solche Werbung angezeigt werden. Von den billigen Kopien der Hoffnung. Denn was diese Leute, die dich in ein anderes Leben tragen wollen, was die nicht sagen ist, dass der Tag, der alles verändert, dass der schon längst gewesen ist. Und dass wir ihn genau deswegen wieder erwarten können. Warum? Weil Gott da ist. Gott ist da und ich gebe zu, manchmal kommt er vielleicht zu unscheinbar daher. Er ist mitten in unserem Leben, aber wir nehmen ihn nicht wahr, weil er vielleicht so daherkommt wie bei unserem Mann an dem brodelnden Teich. Nämlich als Mann um die 30 in Alltagskleidung. Und dieser Mann beugt sich zu ihm herunter und fragt ihn, nicht ganz ohne Humor, muss man dazu sagen, willst du geheilt werden? Was für eine Frage, willst du geheilt werden? Natürlich will ich geheilt werden. Ja, ich frage nur, weil du verbringst ja deine Zeit mit Dingen, die dich nicht weiterbringen. Du verplemperst dein Leben mit der falschen Hoffnung. Und deswegen könnte es doch sein, dass du gar nicht diese Veränderung willst, denn du wirst nicht nur die Krankheit los, sondern du wirst dein altes Leben los. Wenn der Tag passiert, der dein Leben zum Guten verändert, dann verändert sich nicht nur das, was schlecht ist, sondern alles andere gleich mit. Und das muss man wirklich wollen. Und deswegen frage ich dich, willst du eigentlich geheilt werden? Und da gibt unser Mann eine super Antwort und sagt, aber wie soll das gehen? Keiner trägt mich zum Teich, wenn es brodelt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da steht der Retter der Welt vor ihm und er merkt es nicht. Das Original der Hoffnung ist da und er bekommt es nicht mit. Und das ist nicht das sprichwörtliche Brett vor dem Kopf, sondern das ist Hoffnung. So zäh ist Hoffnung. Die Hoffnung klammert sich fest. Auch wenn es nur eine Kopie ist. Sie klammert sich an dem fest, was denkbar ist und nicht an dem, was nicht denkbar ist. Gott ist weit weg gewesen, 38 Jahre lang für unseren Mann. Aber das Brodeln, das ist nah. Und jetzt müsste er es loslassen. Denn wenn Gott da ist, dann werden die anderen Hoffnungen sinnlos. Im Glanz des Originals sieht man erstmal, wie matt alle anderen Kopien sind, an die wir uns hängen. Und die Wahrheit ist, der Tag, der alles zum Guten verändert, der ist da. Der ist jetzt da. Und deswegen steh auf, nimm deine Matte und geh. Du brauchst niemanden, der dich in ein anderes Leben trägt. Du brauchst auch nicht darauf zu warten, der Erste zu sein. Du musst gar nicht schneller sein und besser als alle anderen. Du musst einfach nur aufstehen und gehen. Denn der Tag, der alles zum Guten verändert, der ist jetzt da. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Das ist das Wort, das das Leben verändert. Und aufgeschrieben ist dieses Wort so. Beim Schaftor in Jerusalem gibt es einen Teich mit fünf Säulenhallen. Auf Hebräisch wird dieser Ort Bethesda genannt. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Sie warteten darauf, dass das Wasser in Bewegung geriet. Denn von Zeit zu Zeit stieg ein Engel zum Becken herab und brachte das Wasser in Bewegung. Wer dann als Erster in das bewegte Wasser stieg, der wurde gesund. Ganz gleich, welche Krankheit er hatte. Dort war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und erkannte, dass er schon lange krank war. Da fragte er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt, sobald das Wasser in Bewegung gerät. Wenn ich es aber allein versuche, steigt immer ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Dann nahm er seine Matte und ging. Der Tag, der das Leben zum Guten verändert, ist da. Und es hat ihn längst gegeben. Es hat doch den Tag gegeben, wo du das erste Mal geahnt hast, Gott könnte wirklich da sein für mich. Und könnte mich wirklich hören. Es hat doch den Tag gegeben, wo dich jemand vor einer Dummheit bewahrt hat. Vielleicht sogar unabsichtig mit einer kurzen Bemerkung nur. Es hat den Tag gegeben, wo du dein Vorbild kennengelernt hast für dein ganzes Leben. Es hat den Tag gegeben, wo du geküsst worden bist, wie nie zuvor. Es hat den Tag gegeben, wo du Liebe erlebt hast und Frieden und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Und echte Hoffnung, es hat den Tag, der alles verändert, längst gegeben. Und es wird ihn wiedergeben. Deswegen sind wir ja nur hier. Zusammen. Deswegen schaust du dir dieses Video an. Deswegen machen wir dieses Video. Das passiert alles nur, weil wir Sehnsucht danach haben, dass dieser Tag wieder passiert, weil wir ihn schon erlebt haben. Das ist der Grund, weshalb es überhaupt die ganze Kirche nun gibt. Weil wir ihn erlebt haben und weil wir ihn wieder erwarten. Nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen sollten wir auch nicht mehr und nicht weniger erwarten für diesen Tag und für unsere Zukunft. Denn es kann jetzt passieren oder gleich oder morgen oder in zwei Tagen oder in vier Tagen, dass dieser Tag wieder ist. Diesen Tag, den es nur deshalb gibt, weil es den einen Tag gegeben hat, der alles verändert hat für die Welt. Ostern. Deswegen feiern wir den Sonntag, weil wir uns jede Woche neu daran erinnern, dass das der Tag ist, der alles verändert. Und deswegen können wir erwarten, dass es ihn wiedergibt. Und weniger sollten wir auch nicht erwarten. Unter dem, dass Gott da sein kann und alles verändern kann, sollten wir nicht in diesen Tag gehen und nicht in die Zukunft schauen. Denn sonst könnte es uns passieren, dass wir plötzlich doch wieder an den billigen Kopien hängen. Und selbst an dem Teich liegen und den anderen zuschauen beim Leben, weil wir selbst unsere Hoffnung auf eine Geschäftsidee setzen. Lass uns erwartungsvoll bleiben. Der Tag, der alles verändert, ist nah. Amen.